xD Herzlich Willkommen zum neuen Video, heute, nach langer Zeit fahre ich mal wieder zusammen mit Harzi Enduro hjommt mit Harzi und dem Bene Endurnfahren Ah, warte, ich bin noch gar nicht fertig. Ah, warte, ich bin noch gar nicht fertig. Ah, warte, ich bin noch gar nicht fertig. Ich habe was für dich und das musst du dann auch machen. Okay, Feuer frei, los! Oh, 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 oh. Alter, was war... Ich meine, es liegt... Ja. Ja. Alter, ich hab nur noch... Ich hab nur noch... Ich hab nur noch... Ich hab nur noch... Der eskaliert wieder. Der war nicht so schön wie der, wo er einfach so runter springt. Ach, du Scheiße! So würden wir beide springen oder was? Ja. Ach du Scheiße! Das war's für heute. Das ist schon schwerer mit den Pfeil. Jetzt tun meine Arme weh von der blöden Try. Das geht voll hier. Ja, das lassen wir bitte nicht vor. Oh weh, oh weh. So, mir ist jetzt leider etwas aufgefallen und zwar habe ich vorhin gedacht, meine Gabelzift. Ich hatte gestern so einen Fail, wo mein Auspuff auch kaputt gegangen ist und ein bisschen mein Heck. Den blende ich auch immer schnell ein. Auf jeden Fall ist jetzt das Tauchraum, man zieht es jetzt auf der GoPro nicht, aber hier verbogen. Also hier ist eine fette Delle drin. Das heißt, die muss ich zur Flow Suspension bringen und hoffen, dass es nicht so teuer wird. Ich fahre jetzt trotzdem noch ein bisschen damit rum. Und für den Erzberg muss ich dann die Gabel von der Husky einbauen. Ich hoffe, die passt da rein. Aber bestimmt. Aber bestimmt. Ich fahre jetzt ein. Ich fahre jetzt ein. Vielleicht fahre ich morgen nochmal mit der Husky Gabel. Aber so, das gibt es nicht. Das tropft schon richtig runter. Ich habe keinen Bock mehr. Ich fahre jetzt dann heim. Mit der 125 komme ich überhaupt nicht zurecht. Tausche die Gabel aus und dann fahre ich vielleicht nochmal morgens. Ja. So, also folgendes ist passiert. Ich habe es euch ja schon gezeigt, dass die Gabel von der KTM kaputt ist. Da ist das Tauchrohr verbogen. Tut mir jetzt voll leid. Ich habe die Canon nicht gefunden. Meine Kamera, die ich so zum vloggen benutze. Aber ich nehme jetzt einfach schnell die GoPro. Ich hoffe, das stört jetzt nicht weiter. Genau. Ich bin jetzt schon in der Werkstatt bei mir. Also in der Garage. Ich habe jetzt einfach die Gabeln aus der Husqvarna jetzt in die KTM rein gesteckt. Genau, weil ich ja nächstes Wochenende zum Erzberg fahren will. Also zum Erzbergtraining und da brauche ich ja eine Gabel. Die andere kommt jetzt hier zum Flow Suspension wieder. Wo ich auch mein Fahrwerk gemacht habe. Und da muss jetzt ein neues Tauchrohr rein. Weil ich weiß nicht, ob man es sieht. Ohne Momento. Ich weiß nicht, ob man jetzt die Delle hier sieht. Mit der GoPro wird das wahrscheinlich nichts. Die ist hier. Auf der GoPro wird man es nicht sehen. Hier ist auch zerkratzt alles. Aber halt auch die fette Delle drin. Ja, ich wollte doch eigentlich, wollte ich ja wieder den Gipsenreifen drauf machen. Also den breiten Gipsen fürs Erzbergtraining. Aber mittlerweile taugt mir der schmale eigentlich viel besser. Also ich komme gerade mit dem Reifen, komme ich auf einmal super klar. Der ist halt auch sauweich jetzt noch. Wisst ihr ja. Und ja. Ich habe mir überlegt, ich nehme jetzt den. Den lasse ich jetzt dran. Den ziehe ich jetzt nicht nochmal in den anderen Reifen auf. Und ich nehme einfach hier noch den Hinterreifen mit. Als Vorsorge und den Vorderreifen auch. Falls da irgendwas kaputt geht, kann ich es gleich umstecken. Naja. Dann hoffe ich das Video hat euch trotzdem gefallen. Auch wenn nur irgendwie 5 Minuten fahren war. Sag mal wie ihr den Fail vom Daniel 770 findet. Ich finde den Fail richtig geil. Gut. Dann bis zum nächsten Video. Bis dann. Und tschüss. Und, tschüss. Und. because everyday is a new day. And everything is going your way. And you wanna make us forever. We'll keep it together. Cause it keeps getting better. Bis zum nächsten Mal.